Das Pferd ist auch aggressiv. Guck mal, das Pferd tickt auch aus. Der macht ja keinen Schaden. Oh doch, sechs Schaden an der Pferd. Was macht das Pferd auch? Lass dir das schnüllen. Komm her, hallo. Du hast nicht Platz. Guck dir meine Kriegsbemalung an, du kriegst mich nicht ganz. Um dir den Zeichen unseres guten Willens zu zeigen und dir zu zeigen, dass wir wirklich nur mit grauen Sachen gegen dich kämpfen, lassen wir dich jetzt frei. Was ist echt jetzt? So viel Gnade hätte ich von euch gar nicht erwartet. Ich stopp, ich bin gleich wirklich tot. Oh, ist der Jek, Mann. Alter, das ist so weh. Oh, ist der Jek, Mann. Alter, das ist so weh. Oh, ist der Jek, Mann. Alter, das ist so weh. Vielen Dank.